... und der Landliebe von Landadel Prämien-Ex, der letzten Hauptkörung, ein ganz, ganz modern aufgemachter. Und, wer ist noch dabei? Ersteigert und ging dann in das nordrhein-westfälische Land gestiegen. Sicherlich hier zwei moderne Spring-Ex, die in Maß, in Typ, in ihrer Rettigkeit und in ihrer Bewegungsgüte... ...überragend war beim Bundeschampionat dabei, weil es ja inzwischen mit Eva Bitter international erfolgreich war. 2009 absolvierte er eine deutlich überdurchschnittliche Studienleistungsprüfung. Ihr Vater, Eva Enroll, entdeckte ja zunächst einige Jahre in dem Nied. Auch der Epochal bedeutende Frühlingswahl zum Beispiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020